Wir sind heute beim C&A und schauen uns an, wie eine Lehre als Einzelhandelskaufmann-Kaufsfrau so aussieht. Und erklären wir uns das alles heute, die liebe Kim. Hey, ich bin Kim, ich bin 19 Jahre alt und mache gerade eine Lehre als Einzelhandelskaufsfrau. Und bin gerade im ersten Lehrjahr. Also Kim, woraus bestehen zu deinen täglichen Aufgaben beim C&A? Also meine täglichen Aufgaben bei C&A sind Ware verräumen, Kunden betreuen und vieles mehr. Und wie hat es sich eigentlich so ergeben, dass du genau eine Lehre beim C&A gestartet hast? Also ich habe mich immer für Mode interessiert und deswegen dachte ich mir, C&A wäre die perfekte Lehre für mich. Und von all den Erlebnissen, die man beim C&A hat, was gefällt dir am meisten? Also am meisten gefällt mir halt den Kundenkontakt und die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen. Alles klar. Und was hat man so für Benefit, wenn man beim C&A Lehre macht? Also ich zum Beispiel habe Anfang meiner Lehre einen 150-Euro-C&A-Gutschein bekommen. Und du bekommst auch Personalrabatte und du hast viele Aufstiegsmöglichkeiten. Also 150 Euro sind nicht wenig. Hm, auf jeden Fall. Sind nicht wenig. Okay, na hört sich eigentlich nicht schlecht an, eine Lehre beim C&A zu machen. Zum Schluss hast du noch eine Nachricht für die Leute, die sich überlegen, auch eine Lehre beim C&A zu starten? Wenn ihr euch für Mode interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Ihr habt sie gehört. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020